Okay, willkommen zum Eintrachtzimmernachter 2 mit dem neuesten DLC. Wir fahren jetzt Richtung Bulgarien. Wir haben einen neuen LKW. Ich weiß nicht, ob das Bulgarien mit dazu zählt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal da hinfahren und gucken. Weil ich jetzt keine genaue Info habe, welche Länder jetzt genau dazu zählen, wo wir hinfahren dürfen. Und ich in Bulgarien in dem Teil noch nicht war. Weil das ist leider zu kurz. Also wenn ich innerhalb von Bosnien und Sandra kann ich nicht genau lesen, gerade sein muss, wird das ein bisschen schwierig, weil wir müssen mindestens 200 haben. Und die anderen sagen mir momentan nicht dazu. Ich glaube, hier war ich auch schon in dem Ort. Ich müsste sonst mal eben schauen, wo wir noch nicht genau waren. Da muss ich mich erstmal eben anmelden beim Fakt. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 weil das Problem ist halt einfach, dass die Glasfasernleitung einfach zu lange dauert. Und wir wissen nicht, wann sie bekommen. Dann wäre es kein Problem, die Videos in voller Länge hochzuladen. Jetzt bin ich überlegen, wie macht es das, dass die Videos nicht allzu lange brauchen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Videos in kompletter Länge kommen, haben wir im Endeffekt fast dasselbe von der Zeit zum Hochladen und zum Rendern, als wenn ich die in ein Stück mache. Deswegen, da ist halt die Überlegung, wie wir das am besten machen und am klügsten machen. Da ist der ja schon. Ja, und mein Controller-Gebückel ist so langsam Geist auf. Das merke ich nämlich auch immer wieder im Eurotruck. Das Schöne an der Mod ist halt quasi, dass wir so einen schönen Rückspiegel haben, beziehungsweise eine Rückfahrkamera in dem Fall. Bin mir nicht sicher, ob es auch sowas schon im LKW gibt, die jetzt halt diese Spiegel haben, die mit dir das zum Beispiel gerade aktuell hat und darf auch. Ob es da wirklich schon so eine Technik gibt, dass die LKW-Fahrer wirklich komplett zurückgucken können. Also mit Zurückfahrkamera und so weiter und so fort. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Soweit bin ich jetzt nicht in der Branche vorhanden, um das zu wissen. Leider, muss ich so sagen. Aber es ist eine schöne Gegend bisher. Das kann ich schon mal soweit sagen. Das, was ich gesehen habe, hat mir relativ gut gefallen. Es ist aber auch so eine Straße, wo ich jetzt nicht unbedingt reinfahren würde mit einem LKW. Wir sind zwar jetzt ein bisschen länger mit dem LKW. Das kann ich euch gleich auch einmal zeigen. Der ist ein bisschen größer jetzt in dem Fall. Also der hat ungefähr die Größe von dem Scania. Haben wir jetzt aktuell. Also wenn ich jetzt einmal gucke. Also er hat halt diese Doppeltaxe im Endeffekt. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Fahren wir denn da vorbei? Ja, tun wir. Das heißt, wir können fotografieren und eventuell sogar uns das Video anschauen. Und ja, es war immer was Neues. Es ist auch ein LKW, den ich relativ früh gefahren bin. Im Eurotruck. Also auch einer meiner ersten LKWs quasi. Da ist ein Blitzer. Da haben sie einen Blitzer hingestellt. Das ist ja nicht nett hier. Außer wir müssen rechts rüber. Ich muss rechts rüber. Ne, warte mal. Muss ich gar nicht. Ich muss nicht abbiegen. Okay. Das hat mich das Navi fast verarscht. Ja, ansonsten gibt es jetzt auch nicht so viel Neues. Also hat sich jetzt nichts geändert. Im Gegensatz zu gestern. Nur das. Dass wir den Karrieremodus jetzt fertig haben für FIFA. Auf zu piepen. Meine Fresse. Der ist jetzt fertig. Das heißt, die nächste Woche beginnen wir dann mit der Challenge. Der Koop fällt heute aus. Der wird eventuell dann auf morgen verschoben. Je nachdem, wie es dann zeitlich passt. Ansonsten. Ja, es ist momentan ziemlich ruhig. Wir haben noch einiges an Content, den wir hochladen müssen. Deswegen werde ich heute auch nicht allzu lange streamen. Ich denke mal so zwei Stunden vielleicht. Dass wir da noch die Videos hochgeladen bekommen. Dann kann ich auch drüber fahren. Ich habe noch gebremst. Ich habe doch noch gebremst. Das gepiepselt ist übrigens normal. Das ist von dem Notfall-Sensor. Oder das heißt. Jetzt schön noch bei uns auf die Seite reindrängeln. Ist auch nicht so die feine Englische hier. Aber irgendwo müsste gleich ein Gebäude kommen, das wir abfurtig aufhören können. Weil da ist hier eh ein privater Safe-Game. Es ist auch im Grunde genommen vollkommen egal, mit welchen LKB wir fahren. Es ist ja nur für die DLCs und für die Events. Nutzen wir den Safe-Game. Ja, hatte ich ja gesagt. Eigentlich ist der Hauptaugenmerk auf dem Pro-Mods. Deswegen müssen wir mal kurz gucken. Wo kann ich jetzt ein Foto von machen? Das müsste jetzt gleich kommen. Ein Rathaus ist das. Das war die wahrscheinlich mit dem Rathaus. So, jetzt haben wir gleich noch was für eine Kamera. Er reagiert viel zu spät eigentlich. Er müsste früher reagieren. Jetzt stehe ich, glaube ich, mitten auf der Schiene. Hier sind keine mehr. Okay. Ja, wir haben hier noch ein paar Sachen wieder mit, ne? Wir haben unseren Baum dabei auf jeden Fall. Den haben wir auch durch das Event. Dann haben wir den Papagei. Den haben wir auch immer mal geholt. Unseren Totenkopf oben. Den kann ich komischerweise nicht in den Duff reinpacken. Interessanterweise. Guck mal, wie viel Abstand habe ich denn dazwischen? Guck mal, ab wann der schon anfängt zu piepen, ne? Ich glaube, da müssen wir uns auch einen anderen Skin überlegen. Aber ich mag den Wollfeld eigentlich ganz gerne. Muss ich jetzt auch links rum fahren? Oh ja, ne? Ich bin jetzt nicht so sicher. Oder ist das links komplett abbiegen? Ne, aber da können wir geradeaus durch. Ne, wir müssen noch hier rum. Das ist ein bisschen irreführend, das Ganze. Wobei ich ja schon mal gesagt habe, ist natürlich eine Frage, ne? Kommen neue LKWs rein mit den neuen Modellen? Man wartet ja vielleicht schon drauf. Vielleicht gibt es auch schon Mods in die Richtung. Wo ist hier die... Wo ist denn hier das Teil? Die Webcam. Da oben ist die... Ja, da muss ich mal gucken, wie ich da reinkomme. Da muss ich mal schauen, wie ich da reinkomme. Ja, auf zu meckern. Ich glaube, ich muss das Ding wieder aufstellen, weil es nervt doch ganz schön. Junge, du bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Ich habe nicht umsonst die Warmblinganlage an. Aber ich glaube, ich komme gar nicht so weit da rein, ne? Wir machen das anders. Wir stellen hier den Auflieger ab. Du, du siehst doch, dass ich hier gerade am Rangieren bin. Okay, lass uns eine neue Route finden. Aber ich hasse diese KI einfach, ne? Ich hasse sie einfach. So, wir wollen ja auf jeden Fall, weil da komme ich mit dem Auflieger nicht so weit da rein und ich weiß nicht, wann ich hier nochmal zurückfahre. Deswegen möchte ich das ganz gerne mitnehmen. Das große Abenteuer, 1 von 15. Ich muss mal nach meinen Sachen hier gerade gucken. Ich meine Sachen hier gerade gucken. Ich lasse sie hier gerade gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 in denen sucht sie wahrscheinlich gerade wo man zu denen auch relativ wenig infos hatte ach so weiter vor klar die hätte alles gemacht aber war nathanos zu dem zeitpunkt wir haben ihn erst später kennengelernt dass er als charakter mit reinkam im 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich denke auch. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich habe ja eine Kamera im Auto, sehe ich gerade. Habe ich nicht mal irgendwo eine Taste belegt, wo ich das umstellen konnte? Ich glaube nicht, ne? Ich bin froh, ich bin froh. 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 Nahrt, dass immer Endes verlasst, das fleckert noch ganz schön. Und du, du, du bleibst du schön hier. Schminkstier ab. Die wird nicht überholt. Das Überholverbot übrigens. Ich bin sehr wohl. Und solche Leute haben wir heute auch schon gehabt. Wir waren heute unterwegs. Ein paar Sachen erledigen... Die Leute versuchten dann Stellen zu bauen, wo du dir einfach so denkst, Junge, lass es doch einfach. Das ist ne Kurve! Das ist ne Kurve! Die erleben so wenig Wert... Wahnsinn einfach. Und dann ziehen sie dort andere Leute Einladen undounge, die gar nichts damit zu tun haben. Und du müssten die Leute gleich wieder ausrücken, Irgendwann irgendein Vollidiot meinte, er könnte eine Kurve überholen, könnte Zeit sparen und verursacht einen riesen Unfall damit. Und andere gehen im schlimmsten Fall dann noch weit drauf, die nichts damit zu tun haben. Warum piepst du? Oh, das nervt gerade. Also ohne Scheiß, da müssen die auf jeden Fall nochmal dran arbeiten, das geht gar nicht. Kannst du mir nicht erzählen, wenn er im LKW über die Kurve fährt, dass das Ganze halt piept. Gut, ich hab dich deaktiviert, hör auf zu piepen. Das ist ja nervig. Okay, ich glaube, das ist gerade verbuggt. Wir machen das mal anders. Ich werde mal den Spielstand neu. Oder wohl, kann ich den Ton dafür ausstellen? Notbrauchsystem. Anscheinend nicht, ich speichere mal eben, lad mal den Save-Game nochmal neu. In den Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schlimm, so schnell kann doch keiner reagieren Heute habe ich oben eigentlich auch Lichter drin, die ich anmachen kann Ich habe oben gar keine drin, sehe ich gerade Ja, ne, lasse ich jetzt einfach mal an Ja, vom Dashboard her, also vom Design her, ist es jetzt nicht das Aktuellste, ne? Ja, das ist jetzt nicht das Aktuellste, ne? Ja, das ist jetzt nicht das Aktuellste, ne? es geht sogar noch runter auf 45 abburgenreiche strecke hier ich dass wir die 40 schon verstehen über den auflieger gehabt nehmen wir gestern hat der sie ja so so schwammig fahren ließ ja dann wäre das wahrscheinlich noch schlimmer gewesen so geht es ja im endeffekt noch aber ich glaube wir sollten oben bei das ding entwechseln dass wir da auch lichter reinbekommen dass wir da auch fernlicht haben gut hier 70 also mecker nicht was ich gleich mal beim nächsten den nächsten werkstattern anpassen dies jetzt habe ich gar nicht gesehen ob wir schlafen müssen mir fällt mir da ein und wieder ganz kontrolle warum haben die so viele der wahnsinn hey das ist mautgebühren doch jedoch keine zahlen musste warum haben sie dann schranken hingemacht das soll mir egal sein wird schon seine gründe haben ja warum ist das stück 40 wir fahren richtung ach so ach leute du fährst auf eine autobahn und musst dann noch aufpassen normalerweise musst du ja schon anfangen zu beschleunigen damit du auf die autobahn kommst es ist ja der wahnsinn den format jetzt auf 90 gestellt jetzt habe ich auf 90 gestellt wie viel haben wir denn jetzt noch wir haben noch 58 kilometer dann sind wir da dann gucke ich gleich mal wegen dem dashboard für eine volvo also für den man habe ich eins und für den darf auch als das macht ein riesengroßer unterschied auf jeden fall den volvo müsste ich gleich mal gucken wir übrigens nur mods drin abgesehen von den promos natürlich die von steam selber sind also alles über steam workshop laufen die wenn da updates gibt dass das auch aktualisiert wird das haben wir als nächstes ob die schon aktuell sind nicht dass die uns nachher den savegame killen natürlich richtig misstern wieder ganz kontrolle beziehungsweise es ist mautz also hier in zahlung und sowas gut bleibt doch nicht stehen fahr meine güte kann doch nicht so schwer sein dacke schön für das vorbeilassen das ist sehr freundlich ist ja schlimm wenn ich mal hier mit den leuten die auswahl rechts die auswahl rechts also nicht mal was trinken achten sie auf die geschwürdigkeit boah navi ohne scheiß ich stell das gleich aus dann nervst du mich nicht mehr das ist doch was interessantes und wie viel pinne hier ich wette mit dir in deutschland werden die hälfte der pinne schon links umgefahren das ist doch leer gerade auf der straße ne das ist doch leer gerade auf der straße ne das ist doch interessant wenn sie irgendwo so eine polizei hinstellen würden die blitzen das wäre auch ganz cool aber wir sind ja gleich da ich kann ja gleich mal nachgucken du weißt was wir haben ja hier einen parkplatz kann ich mich einfach irgendwo hinstellen kann ich mich nicht hier mal irgendwo hinstellen zum schlafen wie du bist das denn jetzt nehme ich eben noch da da ist nur der straksauftrag jetzt kann man das ruhig machen und 135.000 haben wir jetzt sehr schön muss ich gleich mal gucken ob wir noch einen neuen LKW kaufen ob sich das dann lohnt ich glaube wir da noch warten weil umso mehr Leute ich eingestellt habe umso mehr Geld bekomme ich im Endeffekt auch und kann schnell neue Leute einstellen ich kann auch dann schnell meine Sachen zurückzahlen von der Bank so wo wollt ihr denn jetzt hier hin haben immer geradeaus immer geradeaus die stellen fertig wo eine Mülltonne ob wir da uns verstecken können wenn wir das Team Simulator spielen so passt noch nicht ganz warum passt das nicht ach so ich muss noch ein ganzes Stück nach vorne fahren aber tanken sollte ich auf jeden Fall gleich mal und 3 von 15 so ich guck mal kurz könnte ich abzahlen dann hätte ich die weg oder wir kaufen noch einen LKW oder wir kaufen noch einen LKW Barrage 3 von 5 muss ich nur noch einen LKW kriegen für 161.000 1.000 1.000 1.000 und kaufen wir den hier dann haben wir noch 1.000 das reicht wo sind die denn hier in Spain ach so dass unser Ja, guck mal, sie fährt übrigens unseren LKW gerade. Unseren Scania. Den fährt sie gerade. So, dann haben wir da auf jeden Fall noch einen. Dann brauche ich noch einen einstellen. Dann kann ich mal kurz gucken wegen der Mod. Was ich gesagt hatte, wegen dem Dashboard. Das ist auch nur das richtige Teil. Guck mal, hier habe ich meinen FPS-Zähler wieder an. Aber in dem Spiel ist das nicht drin. Wie alt könnt ihr das sehen? Ne. Das weiß ich allerdings auch nicht, warum er das gemacht hat. So, Workshop. So, ich möchte Volvo haben. Das ist das Falsche, das wollte ich nicht. Möchte ich. So, lass mir kurz gucken. Volvo. Wir machen das mal anders. Ähm. Nein, ich wollte eigentlich kurz was anderes gucken. Hier, abonnierten Objekte. So, das Overlay mache ich wieder aus. Das wollte ich ja. Wo ist das? Das ist der Dashboard. Welchen haben wir? VH16. Ist das VH16, den wir haben? Gut möglich, dass das der ist, den wir haben. Oder? Ich glaube, das ist ein anderer. Nee, wir müssen den VH16 haben, ne? Ähm. Lass wir kurz schauen. Lkw. Ja, VH16 haben wir. Wir haben den Motor. Wir haben den besten Motor. Okay, VH16. VH16. Das ist nämlich mehrere, sehe ich gerade. Dashboards. Mit roten Dashboard nicht. Nee, ich bin ja vernünftiges. Ich möchte in realisieren, dass wir realistische Dashboard ja haben. Äh. Ja, das ist auch nicht das, was ich suche. Hier. Realistik. Auch nicht so das, was mir jetzt gefällt, muss ich sagen. Ja, ist kein Spy. Nein, schade eigentlich. Dann lassen wir es so, wie es ist. Lassen wir es ganz einfach. So, wir haben es 3 von 15. Nein, die Schnellreise wollte ich nicht. Nein, nein, nein. Karten. Äh, wir sind jetzt in Serbien. Soweit wollte ich jetzt auch nicht fahren. Was ist rumänien dazu? Das ist rumänien dazu? Lass uns alles legen. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Hier endet es. Irgendwo soll der stehen? Wo ist der denn hier? Nur müsste hier der Aufleger sein, aber ich glaube, der steht da vorne irgendwo, ne? Also. Und los. Biegen nach links ab. Biegen nach links ab. Immer geradeaus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ja, wissen wir doch, wissen wir doch. Demnächst rechts abbiegen. Biegen nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biegen nach rechts ab. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, wir haben ja schon Tempo angepasst. Bitte rechts halten. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Frederiken, achten Sie auf die Geschwindige kommende? Jetzt zum Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Immer geradeaus. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Müssen Sie auf die Geschwindigkeit. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Machen Sie eine Kehrtwende. Machen Sie eine Kehrtwende. Machen Sie eine Kehrtwende. Das war ich. Lass uns loslegen. Wiege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Wiege nach rechts ab. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Das war's. Das war's.